Hammam, also auch Zeichen vielleicht. Joane, weiblich. Joan, männlich. Und da ist es wichtig, dass man wirklich diese Fragebetonung betont. Weil wenn man sagt Joane, das klingt wie eine Aussage. Hatschane, weiblich. Hatschan, männlich. E oder A. E mehr in Syrien, A mehr bei uns. Nein, ist La. Shukran. Und die Antwort ist Afwan.